Hi, ich habe mir mal die Mühe gemacht, die am häufigsten gemachten Fehler beim Kauf von Getreidemühlen zusammenzufassen. Bevor du also eine Getreidemühle kaufst, schau dieses Video unbedingt bis zum Ende, damit du nicht die falsche Wahl triffst. Außerdem haben wir für dich in der Videobeschreibung empfehlenswerte Modelle verlinkt. Schau also später dort vorbei. Ein häufiger Fehler ist die falsche Wahl der Mahlleistung. Viele unterschätzen, wie wichtig die richtige Leistung ist. Eine zu geringe Leistung bedeutet, dass das Mahlen von Getreide unnötig lange dauert, was besonders bei größeren Mengen problematisch wird. Achte darauf, dass die Mühle mindestens 100 bis 200 Watt für den Hausgebrauch hat, damit du schnell und ohne Probleme arbeiten kannst. Dann kommt oft die Materialwahl ins Spiel. Ein weiterer Fehler ist es, eine Mühle mit dem falschen Mahlwerk zu wählen. Wenn du feines Mehl und eine lange Haltbarkeit möchtest, setze auf ein Mahlwerk aus Naturstein. Wenn du dagegen ölige Saaten, wie Leinsamen verarbeiten willst, empfehle ich Edelstahl. Jeder Werkstoff hat seine Vor- und Nachteile, deshalb solltest du dir vorher gut überlegen, welches Material am besten zu deinen Bedürfnissen passt. Auch das richtige Getreide spielt eine große Rolle. Nicht jede Getreidemühle ist für alle Getreidesorten geeignet. Mein Profitipp. Achte darauf, dass deine Mühle auch härtere Körner wie Mais oder Reis verarbeiten kann, falls du das planst. Viele Modelle sind hier eingeschränkt, also lieber vorher genau informieren. In der Videobeschreibung findest du Mühlen, die das problemlos bewältigen. Ein Punkt, der oft übersehen wird, ist die Lautstärke. Viele unterschätzen, wie laut eine Getreidemühle tatsächlich sein kann, besonders bei regelmäßigem Gebrauch. Achte auf die Dezibelangaben der Hersteller und lies Erfahrungsberichte. Es gibt Modelle, die speziell isoliert sind und leiser arbeiten. So hast du auch bei häufigem Mahlen kein Problem mit dem Lärm. Ein letzter Fehler, den ich häufig sehe, ist am falschen Ende zu sparen. Günstige Modelle mögen auf den ersten Blick verlockend erscheinen, aber oft fehlt es ihnen an Leistung und Langlebigkeit. Mein Profitipp. Investiere lieber in ein hochwertiges Modell, das länger hält und dir über die Jahre gesehen Geld spart. Besonders bei Geräten, die regelmäßig im Einsatz sind, lohnt es sich etwas mehr auszugeben. Wenn du diese Tipps beachtest, wirst du garantiert die richtige Getreidemühle für dich finden. Denk dran, in der Videobeschreibung sind unsere Empfehlungen für verschiedene Preisklassen verlinkt. Da ist sicher das passende Modell für dich dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß mit deiner neuen Getreidemühle.